Diese sieht sehr schön aus. Ja, und hier kriege ich Mekka. Die ist mindestens einen Tag zu lang, die sind aber zu groß. Die ist doch gut. Die ist wunderbar, die sieht gut aus. Sie sieht gut aus, aber sie ist zu groß. Wer will dann so riesige Succhinis? Wir kommen da sowieso nicht gegen an. Sammarsdach habe ich geerntet. Und heute ist Samstag. Guck mal, wie schön das aussieht. Also die musste auf jeden Fall kleiner ernten. Ich habe jetzt heute, die musste ich schälen, weil die Schale so hart ist. Aber guck mal, da unter sitzt ja eine dickere, dann müsste die wahrscheinlich ab. Ja, du wartest viel zu lange. Ich möchte kleine, zarte. Diese ist so optimal, eine schöne, schlanke, dass man auch so die Scheiben nehmen kann. Also ich kann auch noch einen Tick kleiner, hätte ich gerne. Aber Charlotte möchte immer möglichst viel ernten. Ich bin schon sehr stolz. Also Papa und auch Holger haben gesagt, was tue ich mir hier an und so viele Kürbispflanzen. Also weil da oben ja das Wasserfass ist und wir echt richtig weit laufen müssen. Und die haben gesagt, hier ist der Boden auch zu sandig, also zu schlecht. Und dann auch noch das ganze Wasser schleppen dieses Jahr. Das wird sowieso nichts, haben sie gesagt. Also ich würde erst ihnen recht geben, wenn ich eine schlechte Kürbisernte nach Hause gebracht habe. Da noch gebe ich denen ja eine Chance. Also sie haben beide gesagt, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass das hier so aussieht. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe jeden Tag gegossen und am Anfang waren es 100 Liter und jetzt brauche ich fast 150. Noch bin ich zufrieden. Im Herbst gibt es dann ja, da sehen wir ja dann, ob das Ergebnis. Da wird es dann ernst. Ich würde sagen, das ist eine perfekte. Nein, zu groß. Die daneben. Die nehmen wir nicht mit. Die ist viel zu klein. Nein, das ist eine schöne. Also so eine ernte ich nie. Auf keinen Fall. Da kann man ein richtig schönes Antipasti von machen, doch nicht von diesen Jungbos. Nee, die ist viel zu klein. Dann würdest du die hier auch ernten. Ja, die würde ich auch ernten. Das freut mich nicht. Das freut mich nicht. Das freut mich nicht. Dass Charlotte kein Gemüse ist, ist für mich unbegreiflich. Ich kann mir das nicht erklären. Andreas und ich, wir essen, also es gibt eigentlich fast nichts, was wir nicht essen. Naja, es machen sich immer alle darüber lustig, dass ich so viel Freude daran habe und so viel Zeit hier reinstecke und den größten Teil davon nicht selber esse. Mama und Papa sind die Allesesser und richtig gute Esser und Krischi und ich gar nicht. Nee. Ich sag ja immer, da ist in der Produktion was schiefgegangen. Ja, es wurde, genau, es wird behauptet, dass in der Produktion was schiefgelaufen ist bei den Kindern oder dass wir beide vertauscht wurden. Also das sind, ja, man weiß es nicht. Ich meine, ich profitiere ja davon. Ich bin ja nicht der große Gärtner. Ich koche ja gerne und verarbeite die Dinge. Also ist es ja eine Win-Win-Situation. Wir haben das aufgeteilt. Genau, wir haben das aufgeteilt. Es sieht ja toll aus, wenn man bei einer Gemüsepfanne, zum Beispiel diese drei, die will man ja nicht schälen. Und umso alter eine Zucchini ist, dann wird die Schale immer härter und dann musst du sie nicht weg tun, aber du musst sie schälen. Aber dies sieht ja toll aus, wenn man die drei Farben in seiner Gemüsepfanne nachher hat. Bei uns ist der Sommer ausgebrochen. Wir sollen heute bald über 30 Grad kriegen. Ich glaube 29 oder so haben wir schon. Deswegen sind wir alle in Action und werden das Wetter heute zum Gerstedreschen nutzen. Als erstes ist natürlich der Mähdrescher dran. Der drischt jetzt die Flächen ab. Währenddessen sind die Trecker immer abwechselnd mit auf dem Feld. Wer voll ist, fährt zum Betrieb. Der andere bleibt da, sodass der Mähdrescher auf keinen Fall anhalten muss. Das hat heute oberste Priorität, damit wir so viel wie möglich abdreschen können. Hinter dem Mähdrescher lassen wir Stroh heute liegen, damit wenn die Ballenpresse dann kommt, wir gleich Stroh machen können und das auch nach Hause fahren. Ein Teil der Ernte kommt direkt bei uns ins Getreidefach in unserer Halle. Das lagern wir erstmal selbst ein und verkaufen es dann zu einem hoffentlich guten späteren Zeitpunkt für einen guten Preis. Der zweite Teil kommt zum Landhandel bzw. zu einer Biogasanlage. Da hat Papa schon vor der Ernte Kontrakte abgeschlossen und die müssen wir jetzt natürlich auch erfüllen. Oh Quatsch. Ich glaube das kann wieder so stehen. Ich würde sagen, die waren schon ganz fleißig alle. So, wir haben hier nach der Gerstenernte ein bisschen Regen gekriegt. Was für alle anderen Pflanzen sehr schön war. Aber wir hatten das Stroh noch nicht weg und jetzt ist es nicht ganz trocken. Und das Stroh muss richtig trocken sein. Da arbeiten wir nachher im Winter jeden Tag mit bei den Tieren. Deswegen machen wir uns die Arbeit, schmeißen das einmal auseinander, schmeißen es nachher wieder zusammen. Und dann kommt der Lohnunternehmer und fress das. Und wenn man hier so oben auf, das ist alles trocken. Aber hier unten drin, da findet man dann immer noch mal was, was nicht ganz trocken ist. Deswegen kehre ich jetzt einfach. Ja, bei uns ist jetzt die Presse da. Das macht ein Lohnunternehmen. Der fährt jetzt über die Strohspatt und komprimiert das, dass dann da Strohballen draus entstehen. Und hinter uns zieht das Gewitter schon auf. Deswegen haben wir heute Unterstützung von Henry und Stefan. Das sind befreundete Berufskollegen auch bei uns aus dem Dorf. Auch Vater und Sohn. Und die sind so nett und unterstützen uns heute, weil wir einfach Zeitdruck haben. Wenn die Ballen nachher gepresst sind, ist es nicht ganz so schlimm, wenn da Regen draufkommt. Aber jetzt, wenn es so lose liegt, dann wäre natürlich die Arbeit, die wir heute Morgen gemacht haben mit dem Kern etc. Alles umsonst, weil dann regnet es da rein und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und deswegen fahren jetzt alle, die irgendwie verfügbar sind und helfen uns und unterstützen uns. Das ist mega. Wir haben ja auch sonst von unserer Nachbarschaft auch beim Spargelfolie auflegen und so. Und nur so geht das. Also das gibt immer Arbeitsspitzen, dann kommt immer alles zusammen. Also das ist mit Geld nicht zu bezahlen, solche Unterstützung. Und auch wenn es dann alle so zuverlässig und gewissenhaft machen, das ist wirklich super. Der Ballen war einfach zu locker und ist dadurch einfach in der Mitte beim Anheben über die Forke zusammengebrochen. Dann haben wir hier die Wände einmal raus gemacht, damit die Presse gleich nochmal rüberfahren konnte und ihn wieder festmachen konnten. Der war einfach zu locker. Kommt euch das vor. Das Gute ist jetzt, dass die Presse noch da ist. Sonst musst du das natürlich, entweder du verteilst das hier, was ziemlich blöd ist, oder du nimmst ihn halt irgendwie mit, was auch ziemlich blöd ist, weil er halt los ist. Also Krischi fährt damit jetzt zum Hof und Papa steht da schon mit dem Merlo und lädt die direkt vom Hänger in die Halle. Also wir würden die sonst auch auf dem Hof lagern und dann mit einer Plane schützen. Aber das ist uns heute alles zu zeitintensiv. Deswegen kommt alles erstmal in die Halle, hauptsache ins Trockene. Und nachher umparken kannst du die ja das ganze Jahr. Wichtig ist jetzt einfach so viel wie möglich zu pressen und auch ins Trockene zu kriegen. Ihr wisst, dass wir das alles für euch machen? Ja. Damit ihr immer ein gemütliches Bett habt. Ganze Stroh kommt jetzt nach Hause. Ja. Ach, ist das schön. Ich sag euch, das sind ja immer aufregende, anstrengende Tage. Aber umso mehr sind natürlich solche Abendstunden wie jetzt, wenn alles geklappt hat. Die sind Gold wert, Balsam für die Seele. Und ich sag euch, das kann man einfach nur genießen. Das macht einfach nur Spaß. Guckt euch das an. Das ist doch einfach nur geil. Ja, das war's schon wieder von uns. Wir hoffen euch hat das Sommervideo vom Vorwiesenhof gefallen. Kommentiert gerne mit euren Fragen, liked das Video, abonniert den Kanal. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss! Was? Du läufst mir voll durchs Bild! Ja! Was hast du denn? Ich bin gearbeitet! Ach Mensch! Man! Einige Leute arbeiten noch hier! Ja, ich auch! Da war's! Das war's! Ja! 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 Was ist das Bistoch ist das Bistoch? Du bist bist bistochter, oder? Du bist nicht mehr, wenn du bist nicht quieres... Du bist übernigst!